Jetzt haben wir so viele Stimmen zu den Taurus-Waffen gehört, explizite Fachkenntnisse hat Dr. Klaus Wittmann, General AD und Historiker. Willkommen im Studio. Guten Tag. Herr Wittmann, Taurus, ist das nun dieser Game Changer? Es gibt keinen einzelnen Game Changer, so wie der Abgeordnete Mützenich gestern gesagt hat, man muss die Gesamtschau im Blick haben. Aber natürlich gehört alles zusammen. Und ich will mal so anfangen, weil ja schon viele Einzelheiten genannt worden sind. Ich persönlich glaube nicht, dass dieser Krieg mit der physischen Eroberung auch des letzten ukrainischen Quadratkilometers beendet wird. Aber dadurch, dass die Russen abziehen müssen, weil ihre Lage unhaltbar geworden ist. Und da kommt Taurus ins Spiel, der aus sicherer Entfernung weit hinter der russischen Front bis hin zur Krim die russische Logistik und Führungsfähigkeit ganz enorm beeinträchtigen. Und den Nachschub von Russland zur Krim, von der Krim zur Südukraine teilweise sogar abschneiden könnte. Und irgendwann werden dann die russischen Streitkräfte einsehen müssen, sie haben nicht mehr den Nachschub, die Verpflegung, den Betriebsstoff, die Munition und so weiter. Und insofern ist das ein ganz enorm wichtiges System. Und ich habe gerade die Bundestagsdebatte auch ziemlich im Einzelnen verfolgt. Und ich habe die Formulierung, die wahrscheinlich ja auch schon genannt worden ist, dabei die Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition, womit die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, Zitat, völkerrechtskonforme gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele in den besetzten Gebieten auszuführen. Damit kann ja nur Taurus gemeint sein. Also so gesehen wäre das eine Scheindebatte, die wir jetzt gerade verfolgen. Es ist ein Eiertanz, dass das Kanzleramt so massiv offenbar, wie man hört, eingewirkt hat darauf, dass der Taurus nicht beim Namen genannt wird. Und dass in einer so wichtigen Debatte dann auch zwei konkurrierende Anträge auf dem Tisch liegen, weil die Opposition eben einfach, die Union einfach die Erwähnung von Taurus durchsetzen wollte. Das ist eigentlich ungut. Und was gerade der Abgeordnete Hofreiter gesagt hat, das war teilweise mir die Worte aus dem Mund genommen, was alles sonst noch gebraucht wird. Aber Taurus ist enorm wichtig. Und mal sehen, wann der Kanzler endlich die Rücksichtnahme auf Putin, seine Drohungen und vielleicht auch seine Zukunft aufgibt. Ich habe darüber heute in der Welt gerade einen Gastbeitrag geschrieben. Ich bin nämlich überzeugt, dass Putin ihm signalisiert hat, wenn mit deutschen Waffen meine Kerzbrücke zerstört wird, dann gibt es eine furchtbare Eskalation, wie sie der Kanzler ja vor anderthalb Jahren auch schon für die Lieferung von Schützenpanzern Marder vorausgesagt hat. Das ist das Prestigeprojekt Putin, die Kerzbrücke, also die Verbindung zur Kanzler. Er ist ja selber mit einem orangefarbenen Lastwagen am Steuer auf die Brücke gefahren, um sie einzuweihen. Das ist für ihn erstens strategisch und logistisch unglaublich wichtig für die Truppen auf der Krim, die ja das Kraftzentrum der russischen Streitkräfte dort ist. Aber es ist natürlich auch ein riesiges Prestigeobjekt. Aber sie zu zerstören ist völkerrechtlich völlig legal. Und wenn hier gestern gesagt wurde, sie ist ja teilweise auf russischem Gebiet, auch dann ist es legal. Und ob wir Kriegsteilnehmer sind oder nicht, das bestimmt Herr Putin für sich selber. Er verteidigt ja Russland in der Ukraine gegen die NATO nach seiner Lesart. Und insofern kann ich nur sagen, alle sachlichen Argumente gegen die Lieferung von Taurus, also die Geodaten und deutsche Soldaten und die Programmierung und die Industrie könnte die nicht ertüchtigen oder könnte keinen neuen nachliefern. Das hat sich im Grunde alles erledigt. Ich kann nur wiederholen, was ich ja auch schon öfter gesagt habe. Wenn man etwas will, findet man Wege. Wenn man es nicht will, findet man Gründe. Und es ist geradezu absurd, dass man eine Waffe nicht liefert, weil sie zu wirksam ist. Das würde ja allem entgegenstehen, was wir jetzt gerade den Tag über an Bekundungen gehört haben. Und es würde auch die starken Worte des Kanzlers bei der Münchner Sicherheitskonferenz entwerten. Das sind die klaren Worte. Die Einordnung von Klaus Wittmann. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch im Studium. Danke Ihnen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's hier auf der Suche. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's hier auf der Suche.